Anna Maria Fatschichis XXL Babybauch begeistert den werdenden Papa, normalerweise ist es die werdende Drillingsmama Anna Maria Fatschichi, 39, die regelmäßig Baby- und Schwangerschafts-Updates auf ihrem Instagram-Account teilt. Doch nun meldet sich auch mal Papa Bushido, 42, zu Wort. Der Rapper postet ein beeindruckendes Babybauch-Video und macht damit seine Vorfreude auf das Wunder der Natur deutlich. Im Video gibt's einen Vorgeschmack auf die aktiven Drillinge, die den Alltag der Fatschichis schon sehr bald aufmischen werden, Platz im Bauch ist knapp, Anna Marias Bauch wächst und wächst ohne Ende in Sicht. Dabei kann es nicht mehr lange dauern bis ihre Drillinge endlich das Licht der Erde erblicken. Die neuesten Aufnahmen der werdenden 8-Fach-Mama beweisen zumindest, dass die Babys es kaum erwarten können aus der engen Kugel herauszukommen und beherzt zu strampeln. Die 30. Schwangerschaftswoche bricht an und läutet den Schwangerschafts-Countdown ein. Dass die Geburt immer näher rückt, versetzt die Schwester von Sarah Connor nicht nur in freudige Erwartung, sondern auch in Stress. Erst kürzlich meldet sich die 39-Jährige bei ihrer Online-Community und verrät, dass sie die gesamte Babyausstattung noch kaufen muss, weil sie nicht damit gerechnet habe, nach 5 Kindern noch einmal Nachwuchs zu bekommen. Und jetzt werden es direkt drei Sprösslinge. Mit der rosaroten Babyparty für ihre eineigen Drillinge hat die Familie bereits ausgiebig das anstehende, neue Kapitel gefeiert. Wie soll das nur aussehen, wenn die drei Mädchen erst einmal da sind? Wie soll das nur aussehen, wenn die drei Mädchen erst einmal da sind? Wie soll das nur aussehen, wenn die drei Mädchen erst einmal da sind? Wie soll das nur aussehen? Wie soll das nur aussehen, wenn die três Mädchen erst einmal da sind? Wie soll das nur aussehen, wenn die drei Mädchen nicht erst einmal umилисьbremien? Wie soll das nur aussehen, dass sie mir immer da sind? Untertitelung des ZDF, 2020